Jetzt hat es geklappt. Sie dürfen mir gratulieren. Jetzt darf ich mich endlich beim Arbeitsamt abmelden. Ich habe seit heute einen Arbeitsvertrag bei der Zeitarbeit und bin der glücklichste Mensch. Nach monatelanger Arbeitslosigkeit hat Bettina Kienzle endlich einen Job. Zumindest als Leiharbeiterin. Doch wie lange? Clarissa Hasiri hat zwar Arbeit, als Selbstständige weiß sie aber nie, ob sie genügend Aufträge und Honorare bekommt. Als selbständige Honorarlehrkraft lebe ich von der Hand in den Mund. Martin Mattheisch ist Facharbeiter und arbeitet in der Autoindustrie. Als billiger Leiharbeiter mit befristetem Vertrag. Ich finde, es ist Laverie, was sie mit einem machen. Grundsatz der Hungerlohn und sie kassieren ab. Dieser Film erzählt von Menschen, die kaum über die Runden kommen. Sie suchen sichere Arbeit und wollen fair bezahlt werden. Sie sind mehrere Millionen. Die erste Hürde hat Bettina Kienzle übersprungen. Sie hat einen Arbeitsvertrag. Ihr Arbeitgeber heißt Randstadt. Es ist der größte Verleiher menschlicher Arbeitskraft in Deutschland. Ja, so haben wir uns gewünscht, genau. Jetzt muss die Leiharbeiterin die nächste Hürde nehmen. Probearbeit beim Entleiher, einem Versandunternehmen. Sie ist eine von mehreren Kandidatinnen. Nach Schorndorf. Nächste Station Hauptbahnhof. Man freut sich natürlich, wenn man von so einem Hungerlohn oder dem wenigen, was man an Arbeitslosengeld bekommt. Wenn man dann natürlich den Sprung schafft in die reelle Arbeitswelt und die normale Entlohnung. Das ist natürlich dann schon ein großer Unterschied, ja. Und von daher, also ich freue mich ganz arg und bin jetzt innerlich auch sichtlich nervös und freue mich für mich und mein Kind, dass es da jetzt vielleicht eine Welle gibt, die uns endlich mal nach oben drückt. Bettina Kienzle ist alleinerziehende Mutter. Sie hat Hotelfachfrau gelernt. Doch das ist lange her. Nun hofft sie auf einen Job im Versandhandel. Drei Stunden später. Die Probearbeit ist zu Ende. Frau Kienzle, wie war's? Ja, angenehm. War also angenehm überrascht. Ein nettes Team, tolle Entscheider. Jetzt darf ich allerdings noch 24 Stunden warten, bis die Entscheidung kommt. Hat die Firma Interesse an mir, leihweise oder nicht? Ich muss mich jetzt erst mal bei der Feitarbeitsfirma heute melden und sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Wird Bettina Kienzle den Job bekommen? Sie ruft ihre Randstadt-Disponentin an. Also mir würde es zusagen, jetzt bin ich allerdings noch gespannt, was dann auf eine Rückmeldung kommt. Haben Sie ... Okay. Wären Sie so reizend, dann würdet wir dann umgehende Rückmeldung machen, weil ... sitzen natürlich jetzt hier wie Hennebörder auf dem großen Ei. Okay. Später erfährt Bettina Kienzle, dass sie den Job nicht bekommt. Wie wird ihr Verleiher die Firma Randstadt jetzt reagieren? Ständige Unsicherheit. Dieses Problem kennt auch Roland Kappes. Der gelernte Werkzeugmechaniker arbeitet seit Jahren als Leiharbeiter. Immer wieder mit befristeten Verträgen. Bisher konnte er seine Familie ganz gut über die Runden bringen. Denn er hat in der Automobilindustrie gearbeitet, wo Leiharbeiter Branchenzuschläge erhalten. Doch vor kurzem ist ihm gekündigt worden. Wir fahren mit Roland Kappes noch einmal zu seinem früheren Arbeitsplatz. Zum Lkw-Werk von Daimler nach Wörth. Für die Frühschicht ging es immer schon um halb fünf los. Unterwegs kam der Daimler Leiharbeiter dann oft ins Grübeln. Denn er wusste nie, ob er einen Anschlussvertrag bekommt. Wenn man immer nur Vierteljahresweis verlängert wird, und man weiß nicht, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter, wie auch immer. Das nagt schon. Es war schon so, dass man auch mal schlecht geschlafen hat. Aber man hat gehofft, dass es weitergeht. Ganz einfach. Diese Unsicherheit belastet mittlerweile über eine Million Leiharbeiter in Deutschland. Professor Klaus Dörre befasst sich seit vielen Jahren mit diesem Problem und generell mit prekärer Arbeit. Der Industriesoziologe stellt fest, dass die Wirtschaft Leiharbeit längst nicht nur, wie ursprünglich vorgesehen, als Puffer verwendet. Etwa zum Ausgleich von Produktionsspitzen. Leiharbeit werde immer häufiger strategisch eingesetzt, um Lohnkosten massiv zu senken. Strategische Nutzung der Leiharbeit meint, die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, meistens Männer, machen genau das Gleiche wie die Stammbeschäftigten. Werden dafür aber deutlich schlechter bezahlt und genießen im Grunde keinen Kündigungsschutz. Wir sind also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zweiter oder vielleicht sogar dritter Klasse. Und das ist die neue Entwicklung. Bis vor kurzem hat Roland Kappes mit seinen Kollegen Lkw-Teile verpackt. Die Container wurden in alle Welt verschifft. Obwohl nur Leiharbeiter, Kappes war stolz auf seine Arbeit. Dabei wollte er immer ganz dazugehören, wollte Stammarbeiter sein, im größten Lkw-Montagewerk der Welt. Kappes beteiligte sich auch bei Protesten der Daimler Beschäftigten, ihres Betriebsrats und ihrer Gewerkschaft. Die Arbeiter wollten verhindern, dass gute und sichere Arbeitsplätze durch prekäre Jobs ersetzt werden. Doch es half nichts. Daimler setzte sogar noch einen drauf. Vor wenigen Monaten hat der Konzern 149 Leiharbeitsverträge gekündigt. Auch Roland Kappes war betroffen. Er hat bis dahin insgesamt fast fünf Jahre in Wörth gearbeitet. Als ich die Kündigung bekommen habe, hatte ich Tränen in den Augen. Kann ich ganz einfach so sagen. Ich habe zwei kleine Kinder. Der Große war stolz. Papa baut Lkw, jetzt baut er nichts mehr. Die Kleine versteht es noch nicht. Ja. Dann bin ich mit 42, auch nämlich der ganz Jüngste, der dann sagt, ja, übermorgen habe ich wieder einen Job. Warum arbeitet ein Unternehmen wie Daimler mit Leiharbeit? Warum wurden Kappes und seine Kollegen entlassen? Wir bitten um ein Interview und eine Drehgenehmigung im Werk. Abgelehnt. So funktioniert das System mit der Leiharbeit. Normalerweise vereinbart eine Firma mit ihren Beschäftigten einen Arbeitsvertrag. Unbefristet und zu den Tarifverträgen der Branche. Um das zu umgehen, kann die Firma einen Verleiher von Arbeitskräften dazwischenschalten, der deutlich schlechtere Löhne zahlt. Und wenn der Firma das immer noch nicht reicht, kann sie per Werkvertrag ein Subunternehmen beauftragen, das ebenfalls Leiharbeiter einsetzt. Die Löhne sind dann noch geringer. Vorteil für das Unternehmen? Es kann fast nach Belieben heuern und feuern und gute Tarifverträge unterlaufen. Die Folge? Extreme Lohndifferenzen. Daimler Stammarbeiter, beispielsweise in der firmeninternen Logistik, verdienen nach unseren Recherchen mit allen Extras auf den Monat umgerechnet über 5000 Euro brutto. Ein Leiharbeiter, der die gleiche Arbeit verrichtet, verdient rund ein Drittel weniger, trotz der Branchenzulagen. Und der Leiharbeiter von Werkvertragsunternehmen verdient am schlechtesten, oft nicht mehr als 1700 Euro brutto. Ähnliche Lohnunterschiede gibt es auch in den meisten anderen Autofabriken. Schlecht für die Werkvertragsarbeiter, gut für die Unternehmen. Doch das Billiglohnmodell ist juristisch heikel. Denn Beschäftigte von Werkvertragsunternehmen müssen ihren Auftrag selbstständig erfüllen. So verlangt es das Gesetz. Eine interne Dienstanweisung zu Werk- und Dienstverträgen. Zur Kommunikation mit Fremdfirmenarbeitern schreibt Daimler, Zitat, Die Fremdarbeitskraft darf keine Anweisungen erhalten. Roland Kappes kennt das aus seiner Zeit bei Daimler. Auch er durfte mit Werkvertragsarbeitern nichts Dienstliches besprechen. Wir standen uns Auge in Auge gegenüber und durften nicht miteinander kommunizieren. Ist kein feiner Zug. Oder Kommunikation lief eigentlich nur über E-Mail. Wenn irgendwas schief gelaufen ist oder irgendwas war oder mal irgendwas Besonderes gebraucht hat, nur über E-Mail. Was dann unter Umständen auch mal zwei Stunden gedauert hat, bis eine Problemlösung da war, die normalerweise in 30 Sekunden gelöst gewesen wäre. Für Roland Kappes völlig unverständlich. Doch nur so ist die Werkvertragskonstruktion juristisch nicht angreifbar. Darauf kommt es den Unternehmen an. Und dann geht man nach dem Prinzip vor, man gründet ganze Produktionsschritte aus, in sogenannten industriellen Dienstleistungen, vergibt die fremd. Zum Teil sind die Fristen ein Jahr. Und dann wird neu ausgeschrieben und dann schaut man, ob sich günstigere Firmen bewerben. Das heißt, auf diejenigen, die sich bewerben und die den Zuschlag erhalten oder nicht, wird ein enormer Kostendruck ausgeübt. Wie geht es Bettina Kienzle? Immerhin, Randstadt hat sie vor drei Wochen an ein anderes Unternehmen verliehen. Sie arbeitet im Anzeigenverkauf eines Verlages. Aber schon nach so kurzer Zeit, nach drei Wochen, braucht der Verlag die Leiharbeiterin nicht mehr. Wieder weiß sie nicht, wie es weitergehen soll. Und wieder hat sie Angst davor, gekündigt zu werden. Die Tatsache, dass ich jetzt heute meinen letzten Arbeitstag habe, das habe ich gestern quasi erfahren. Und von daher ist das dann schon ziemlich zernobend. Man erhofft sich natürlich auch ein bisschen mehr. Vielleicht, dass man auch noch weiter den Fuß irgendwie in die Arbeitswelt zurückbekommt. Aber man hat dann relativ schnell heute merken dürfen, man gehört nicht dazu. Der Moor hat seine Pflicht getan und er darf jetzt auch gehen. Es geht jetzt so weiter, dass ich jetzt das erste Mal out of order gesetzt bin. Ich muss also auf den nächsten Einsatz warten. Und das kann dauern. Ich meine, das kann ich jetzt eventuell Anfang nächster Woche erfahren. Also es ist auf alle Fälle Nervenaufreibens. Die Unsicherheit bleibt. Auch Martin Mattheis kennt das. Der gelernte Werkzeugmacher hat eine lange Leiharbeiterkarriere hinter sich. Seit fünf Jahren arbeitet er immer wieder bei Daimler in Stuttgart. Immer über ein Werkvertragsunternehmen und dort als Leiharbeiter. Dabei erlebte Martin Mattheis auch bessere Zeiten. Gelernt hatte er bei der Maschinenbaufabrik Fortuna. Wir zeigen Mattheis einen Film über die letzten Tage dieser Firma. In den Fortuna-Werken hat das Schicksal am härtesten zugeschlagen. Vor 20 Jahren ging Karl Hoffmann noch mit 1200 Kollegen in die Fabrik. 17 Jahre lang hat er dort gearbeitet. Als gut bezahlter und geschätzter Metall-Facharbeiter. Es wird nicht mehr lange dauern. Ein paar Monate noch und dann ist es vorbei. Der ist auch noch ein Kollege von mir, der Thomas. Der war auch in meiner Abteilung. Der war aber, glaube ich, schon vor mir da. Der war, glaube ich, ein Jahr länger vor mir da. Ja, da bin ich. Das bin ich. Lass mich überhaupt sehen, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Damals bei Fortuna, wenn Sie mal vergleichen, habe ich bei Fortuna, da habe ich gut verdient, muss ich sagen. Damals war es in der Mark. Und da habe ich nur eine Schicht gehabt bei Fortuna. Und so habe ich jetzt drei Schichten. Bei Fortuna habe ich nur eine Schicht gehabt, also eine normale Schicht, morgens. Da habe ich morgens um sieben Uhr angefangen und habe um halb vier Uhr Feierabend gehabt. Und eine Schicht. Fortuna war seine beste Zeit. Mit Tariflohn, geregelten Arbeitsbedingungen, einem unbefristeten Vertrag. Von da an ging es bergab. Befristete Verträge, Leiharbeit, arbeitslos und meistens zu wenig Geld. Matthijs findet dafür einen drastischen Vergleich. Ich finde, es ist Laverie, was sie mit einem machen. Ich sage, uns dreien den Hungerlohn und die kassieren ab. Also ich weiß nicht, was sie da kriegen. Pauschal oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber das ist Laverie. Genauso wie die Gewinnbeteiligung, wie die Firma jetzt. Zum Beispiel Deimer macht jetzt Umsatz. Wir kriegen gar nichts. Nicht einmal einen Cent kriegen wir. Und das finden wir nicht richtig. Weil wir sind ja praktisch in dem Sinne, sage ich mal, auch ein bisschen beteiligt, wenn die Firma jetzt Umsatz macht. Weil wir ja auch dazu beigetragen haben. Und wir kriegen dann gar nichts. Das kann es ja nicht sein. Clementine, da muss ich gerade mal gucken. Beim Einkaufen müssen Matthijs und seine Frau jeden Euro zweimal umdrehen. Guck dich mal, guck mal, was die kostet. Ich glaub, was ist das? Früher konnten sich die beiden auch mal etwas leisten. Ich sammle die ganze Woche die Angebote immer, die in den Zeitungen sind, und dann suche ich mir raus. Also, es kann auch passieren, dass ich an einem Tag in drei Geschäfte gehe. Wir müssten so die Größe haben. Und so weiter. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr so viel Geld habe. Ich kann dir nichts leisten. Arbeit ist wie verrückt auf Gutheißsach. Du kannst auch nichts leisten. Martin Matthijs verdient so wenig, dass er bereits vor Jahren Geld vom Jobcenter bekommen hat. Hartz-IV-Aufstocker nennt man das. Das Gewerkschaftshaus in Stuttgart. Hier bei der Sozialberatungsstelle von Verdi sucht Matthijs Rath. Denn mittlerweile wurde ihm der Hartz-IV-Zuschuss gestrichen. Beraterin Anne Jesjorski hat schon vielen prekär Beschäftigten geholfen. Okay. Ja, schon von früher. Über früher schon bezogen. Ja. Da hatten Sie sogar schon mal Leistung erhalten. Ja, ja. Und damals haben Sie auch schon so wenig verdient. Ja, ja. Und diese Abrechnung, was Sie jetzt daran haben, das ist ganz normale, ohne Ficht, denn nur die normale. Sie haben 1.364,14 Euro Nettoverdienst und hätten auf jeden Fall Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen. Ja, und damit sind Sie quasi ein klassischer Aufstocker im SGB II. Okay, Sie arbeiten ja mit Werksverträgen von Daimler. Richtig, ja. Und solche Werksverträge sind mir nicht unbekannt. Es kommen einige Leute zu uns, ja, die uns ihre Werksverträge vorhalten oder wir das prüfen ja, ob der Lohn, ob nicht eine Aufstockung möglich wäre. Ja, in dem Moment ist es klar, dass sie ja kein Einzelfall sind, ja. Im Grunde ist es ja ein Skandal in unserer Gesellschaft, dass wir auf der einen Seite hochprofitable Unternehmen haben, die auf der anderen Seite Beschäftigte haben, denen sie einen Niedriglohn bezahlen, der diese Beschäftigten dazu zwingt, dass sie mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken müssen. Es gibt nichts Erniedrigenderes für Menschen, die hart arbeiten, wenn sie auf der anderen Seite dann feststellen müssen, dass sie gewissermaßen vom Staat und von der Gesellschaft abhängig sind. In der Konsequenz bedeutet das eigentlich, dass die Steuerzahler, also wir alle im Grunde zur Kasse gebeten werden und die Kosten, die eigentlich die Unternehmen tragen müssten, abgewälzt werden auf die Gesellschaft. Es sind oft Unternehmen, die hohe Gewinne einfahren. Für Daimler zum Beispiel war 2016 das erfolgreichste Jahr der Geschichte. Der Absatz stieg um 12 Prozent. Der Konzern hat erstmals über zwei Millionen Autos verkauft. Bei der Bilanz-Pressekonferenz kann Daimler-Chef Zetsche Rekordzahlen verkünden. Daimler hat bei Absatz, Umsatz und Ergebnis mehr erreicht, denn je. Das zahlt sich auch für die Stammbelegschaft aus. 5.400 Euro Prämien. Die Leiharbeiter und Werkvertragsarbeiter gehen leer aus. Wir wollen mit dem Daimler-Chef über die Zukunft der Beschäftigten sprechen. Wir hätten gerne erfahren, ob es stimmt, dass der Konzern weitere Stammarbeitsplätze auslagern will. Doch Zetsche ist zu einem Interview nicht bereit. Auch schriftlich beantwortet Daimler unsere Fragen nicht. Wie geht es weiter mit Bettina Kienzle? Ihr Verleiher hat sie mittlerweile zu zwei weiteren Arbeitsstellen geschickt. Einem Internethändler und einem Vertriebsunternehmen. Allerdings immer nur für wenige Tage. Randstadt teilt uns auf Anfrage mit, generell gelte, ob ein neuer Auftrag da ist oder nicht, der Zeitarbeitnehmer bekomme sein monatliches Grundgehalt. Doch dann erhält Frau Kienzle eine Mail ihrer Disponentin. Ihre Einstellung bei Randstadt. Das schickt ihm jetzt gute Grüße fürs neue Jahr, oder? Liebe Frau Kienzle, es tut mir leid, aber ich muss nun eine Entscheidung treffen, die ich Ihnen gerne vorab mitteilen möchte. Wir werden Sie innerhalb der Probezeit kündigen. Die Kündigung werden Sie voraussichtlich in der nächsten Woche erhalten. Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr nur das Beste und viel Erfolg mit Freundinnen grüßen. Gut to know you. So. Bettina Kienzle ist am Ende mit ihren Nerven. Sie ruft einen Betriebsrat von Randstadt an. Ja, ich habe jetzt nur einen Teil mitbekommen. Ich habe nur gehört, dass Sie zurzeit noch in der Probezeit im Unternehmen Randstadt beschäftigt sind. Ja. Dass Sie wohl mehr kurzfristige Einsätze hätten. Und jetzt wird darüber gesprochen, dass Sie gekündigt werden sollen. Haben Sie denn schon eine Kündigung erhalten? Also ich habe jetzt nur mal so ein Vorab erhalten. Also wenn ich Pech habe, in der zweiten KW bekomme ich die Kündigung. Und so kommt es. Im Schnitt, so Randstadt, beschäftige man die Leiharbeiter 14 bis 22 Monate. Ist das typisch für die Branche? Andere Unternehmen sind mit der Kündigung oft noch schneller, sagt dieser Disponent, der bei einem großen Verleiher arbeitet. Aus Angst um seinen Arbeitsplatz will er nicht erkannt werden. Man hat als Personaldienstleistungskaufmann einen extremen Druck, weil man muss natürlich seine Aufträge erfolgreich abschließen, Aufträge finden, Gewinn bringen für das Unternehmen, arbeiten. Und dadurch hat man natürlich die Schwierigkeit, nonstop in einer Drucksituation zu sein. Da die Kündigungsfrist nur fünf Tage liegt im Schnitt von Leiharbeitnehmer, kann jemand auch jahrelang im Einsatz sein. Aber bleibt dann ohne Einsatz und ohne Auftrag. Seitdem ich in der Branche bin, seit 1999, hat man sehr viele Schicksale, negative Schicksale dann auch mitbekommen, wo man aufgrund der Wirtschaftlichkeit die Mitarbeiter entlassen musste, wo man Druck aufbauen musste auf die Mitarbeiter. Und dadurch hat man sich natürlich selber nicht gut gefühlt und hatte auch ein schlechtes Gewissen bei der ganzen Sache. Das ging bis dahin, dass wenn man Leute auf der Straße gesehen hat, dass man die Straßenseite gewechselt hat, weil man denen natürlich nicht begegnen möchte. Bettina Kienzle ist jetzt wieder arbeitslos und muss sich bei der Agentur für Arbeit melden. Das Los vieler Leiharbeitskräfte, denn die meisten werden nur für wenige Monate eingesetzt und innerhalb der Probezeit gekündigt. Dann habe ich Sie hier angemeldet, bitte hier im Badebereich warten, Sie werden gleich aufgerufen. Kienzle kennt das Prozedere. Eigentlich will sie keine Leiharbeiterin mehr sein. Doch die meisten Angebote der Agentur stammen von Arbeitsverleihern. Und dann findet sie diese Anzeige. Rannstadt sucht Empfangsekretärin und ich kriege Kündigung. Das ist doch unfassbar. Also es sind halt vorwiegend Zeitarbeitsunternehmen, die halt die Fachkräfte dann vermitteln wollen. Ja, unter anderem auch dieses Zeitarbeitsunternehmen, was mir erst Jahresende gekündigt hat und mir gesagt hat, aufgrund von Aufträgen tut es Ihnen leid. Und jetzt lese ich hier, ab 1. Januar sucht man genau dieses, genau dieses, was Sie in Qualifikation mitbringen. Das wird jetzt gesucht. Da könnte ich durchdrehen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Arbeitsamt. Anstatt vermittelt zu werden und einfach nur einer geregelten Arbeit nachzugehen. Das ist unfassbar. Die Anzeige stammt von einer anderen Randstadt-Niederlassung. Sie ist nur wenige Kilometer von hier entfernt. Mehr als 80 Prozent der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter wechseln von Arbeitgeber zu Arbeitgeber. Oft sehr kurzfristig. Das heißt, die Arbeitsverhältnisse sind oft unter drei Monaten. Sie müssen sich ständig auf neue Kolleginnen und Kollegen einstellen, auf neue Vorgesetzte, auf neue Arbeitsbedingungen. Das heißt, sie müssen enorme Flexibilisierungsleistungen erbringen, die, wenn man es genau nimmt, eigentlich dazu führen müssen, dass sie besser bezahlt werden als Stammbeschäftigte. Das Gegenteil ist aber letztendlich der Fall. Hohe Flexibilität auf Kosten der Beschäftigten. Auch Clarissa Hasiri spürt das. Sie arbeitet als Lehrerin auf Honorarbasis. Hasiri unterrichtet Deutsch für Ausländer. Außerdem gibt sie Integrationskurse für Flüchtlinge. Im Unterricht leistet Clarissa Hasiri das gleiche wie angestellte Lehrerinnen und Lehrer. Doch das Honorar ist viel geringer. Und Hasiri muss immer neue Aufträge suchen. Das müssen ihre Verbeamteten und angestellten Kollegen nicht. Oft musste die Honorarlehrkraft schon für mehrere Bildungsträger gleichzeitig arbeiten. Also in den letzten Jahren hatte ich mehrere Auftraggeber. Ja und das Ganze kann in ziemliche Hektik ausarten, wenn man zum Beispiel beim einen Auftraggeber eine Unterrichtsendzeit um 13 Uhr hat und beim nächsten Auftraggeber um 13.15 Uhr. Wenn es schlecht läuft, im besseren Fall 13.30 Uhr wieder startet. Neben dem Hin und Her kümmert sich Clarissa Hasiri um ihre Tochter. Und jetzt genau, wo muss man umsteigen? Wunderbar. Start und Ziel sind gelöst. Sehr schön. Und dann schon wieder Unterrichtsvorbereitung. Heute zu einem Thema, das nicht nur Neubürger, sondern auch sie selbst beschäftigt. Unter anderem unterrichten wir über den Sozialstaat Deutschland. Der Sozialstaat, der für seine Bürgerinnen und Bürger sorgt. Zum Beispiel, wenn sie mal krank werden oder wenn sie ihre Arbeit verlieren, dann gibt es da Möglichkeiten vom Staat, aufgefangen zu werden. Ich erzähle das meinen Teilnehmern schön. Was ist eigentlich mit mir? Ich habe keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ich habe auch keine Arbeitslosenversicherung. Beziehungsweise, wenn mir der Kurs wegbricht, weil er ausfällt oder gar verschoben wird, dann habe ich auch keine Einnahmen. Dann sitze ich da. Da sorgt der Staat nicht für mich und sagt, das fangen wir aber auf. Ich kann es mir nicht leisten, irgendwie mir einen Fuß zu brechen oder für längere Zeit zu erkranken. Allein, wenn ich schon mal Grippe habe, ich schleppe mich in den Unterricht. Versicherungen, Arbeitslosenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich weiß nicht, wovon ich das entrichten soll. Es geht nicht. Also teilweise als selbständige Honorallehrkraft lebe ich von der Hand in den Mund. So geht es inzwischen immer mehr Menschen. Die Zahl der Solo-Selbstständigen ist stark gestiegen auf 2,3 Millionen. Ein Drittel dieser Menschen lebt von weniger als 1.100 Euro im Monat. Und immer mehr Selbständige verdienen so wenig, dass sie auf Hartz-IV-Zuzahlungen angewiesen sind. Mit der Solo-Selbstständigkeit kann man gewissermaßen den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn aushebeln, weil der gilt ja nicht für selbstständig. Beschäftigte sind nicht in einem Lohnarbeitsverhältnis. Deshalb wird das auch gerne so gemacht. Also man kann tatsächlich auf diese Beschäftigungsform zurückgreifen und damit unterbietet man die Mindestsicherung gewissermaßen, die über den Mindestlohn eingezogen ist. Also man kann es einfach missbrauchen. Meist sind Solo-Selbstständige isoliert. Selten organisieren sie sich. Wie hier die Honorarlehrkräfte bei einer Protestaktion der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir sind alle qualifiziert. Wir haben alle ein Hochschulstudium. Auf uns wartet eine geringe Rente. Bis 70 zu arbeiten ist absolut keine Seltenheit. Ich würde mir wünschen, ein sicheres Arbeitsverhältnis zu bekommen. Es gibt laut Gewerkschaft vier Klassen von Lehrkräften. Stellvertretend sitzen sie hier nebeneinander. Du darfst dich jetzt hierher setzen auf diese Kiste. Ganz unten die Honorarkräfte, ganz oben die Beamten. Lass sie bitte runter. Jetzt kommt die Beamtin. Bei den Beamtinnenlehrkräften, die haben einen guten Verdienst, einen ordentlichen Verdienst. Da hat man auch einen relativ guten Platz. Du sitzt gut, nehme ich an. Gut gepolstert. Unbefristet. Du hast letztendlich eine feste Stelle. Und du weißt, du kannst an der Schule bleiben, bis du in die Pension gehst. So, jetzt sind wir bei dem vierten Stuhl. Da kann man gar nicht mehr von Schule sprechen. Du hast eine Kiste unter dir und du sitzt da. Du bist als Honorarlehrerin tätig an einer Bildungseinrichtung. Du hast keine feste Arbeitsstelle. Du hast im Grunde genommen keine Absicherung für die Arbeitslosigkeit. Du musst selber für deine Krankenversicherung sorgen. Und dein Verdienst ist weit unter der Hälfte von der Beamtenlehrerin. Und so geht es vielen Selbstständigen. Manchmal werden sogar illegale Geschäfte mit der Selbstständigkeit gemacht. Wir sind ganz unten angekommen. Razzia in einem Arbeiterwohnheim in Esslingen. Es besteht der Verdacht, dass Firmen mit ihrem Beschäftigten zum Schein Werkverträge abschließen und die Leute damit zu Scheinselbstständigen mit Gewerbeschein machen. Also kein eigenes Gewerbe. Vorteil, dann müssen sich die Unternehmen nicht an Tarif- und Mindestlöhne halten und keine Sozialversicherungsbeiträge abführen. Die Leute von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit suchen hier Beweise, um die Firmen zu überführen. Sie haben keine Krankenversicherung, Sie haben einen Auftraggeber. Für mich sind Sie nicht selbstständig. Ja, ich weiß, aber dann kriegen Sie jetzt gleich mal drauf. Aber ich schreibe ja alles. Dann machen wir das so, wenn er Sie morgen anruft, dann kommen Sie mal zu mir ins Büro. Morgen nach Stuttgart. Das ist so der typische Fall. Man holt jemanden, der ist billig, man hilft dem Gewerbeanmeldung, man hilft ihm so eine Wohnung oder eine Unterkunft zu finden, dass sie keine Rechnungen schreiben können, schreibt man Rechnungen für die Leute. Sie hat überhaupt keine Arbeiterrechte, die es eigentlich gibt. Bezahlter Urlaub, Krankheit, Sozialkasse, Bau im Baugewerbe zum Beispiel. Unfallvorschrift, Unfallverhütung, Berufsgenossenschaft, wenn einem was passiert auf der Baustelle. Also der hat keine Rechte, mit seiner Gewerbeanmeldung hat er quasi alle Rechte abgegeben. Scheinwerkverträge und etliche andere Verstöße. Die Beamten kontrollieren zwar immer wieder vor Ort, an Baustellen, in Schlachthöfen, in der Gastronomie. Doch es gibt viel zu wenig Kontrolleure. Außerdem sind die Strafen für die Firmen ziemlich harmlos. An den illegalen Praktiken hat sich deshalb nur wenig geändert. Prüfen Sie noch eine andere Tätigkeit in Deutschland aus? Ein eigenes Gewerbe? Nein, nein. Wir prüfen in allen Branchen. Und in allen Branchen, sei es Gastronomie, Reinigung, Bau, in den Windschleistungsgewerbe, stoßen wir auf diese Solo-Selbstständigen und müssen dann prüfen, wenn es Anhaltspunkte gibt für Scheinselbstständigkeit, was vorliegt. Und diese Prüfung kann man wirklich sagen, diese Feststellung, die wir treffen, ist ein Kampf gegen Windmühlen. Der langjährige Daimler Leiharbeiter Roland Kappes ist immer noch arbeitslos. Termin bei einem Vermittler der Agentur für Arbeit. Wann haben Sie sich beworben oder wie viel Zeit ist vergangen von der Bewerbung seit der Eingangsbestätigung von der Firma, von der Ältesten? Ich habe mich so bei ca. 25 Firmen beworben, habe ungefähr 20 Absagen bisher und die anderen fünf haben noch nicht wirklich geantwortet. Kappes hofft auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag und nach Möglichkeit keine Leiharbeit mehr. Sie haben das ja komplett mit mir durchgesprochen. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei den Bewerbungen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Der Metallfacharbeiter sucht auch im Internet oder über Zeitungsanzeigen. Er hört sich bei Bekannten um, aber wenn es Angebote gibt, dann meist im Niedriglohnsektor. Ja, wenn ich dann im Internet schaue oder auch in der Zeitung, dann sind in dem Bereich, den ich beherrsche, sind dann 75, 80 Prozent, wie auch immer, sind Leiharbeitsfirmen. Alles Gutes gibt natürlich auch Ausnahmen, aber das ist, Leiharbeitsfirmen sind die Regel. Ob jetzt im technischen Bereich oder im logistischen Bereich. Und ja, was anderes gibt es fast nicht mehr. Doch. Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen. Hier hat der Betriebsrat durchgesetzt, dass zumindest in der Produktion kein Leiharbeiter mehr eingesetzt wird. Männer, wie der Logistikarbeiter Charles Mungouet, haben einen unbefristeten Vertrag und gehören damit zur Stammbelegschaft. Wenn man vielleicht gleich ist die Situation mit anderen, füllen wir Porsche. Porsche ist paradis. Früher war Charles Mungouet Leiharbeiter. Mehrmals bei Daimler und dann bei Porsche. Immer mit der Unsicherheit, dass sein Vertrag nicht verlängert oder dass ihm von heute auf morgen gekündigt wird. Vorher war es schwierig. Ein Leiharbeiter, du kannst dein Leben nicht planen. Jetzt, ich bin sicher, ich kann mein Leben planen. Ich kann was bauen für die Zukunft, für meine Rente und für meine Familie. Charles Mungouet ist happy. Und mit ihm viele ehemalige Leih- und Werkvertragsarbeiter bei Porsche in Zuffenhausen. An das Leben als Leiharbeiter erinnert er sich nur ungern. Bei Essen in der Kantine, sie zahlen mehr. Manche Firma, sie haben keine Kabine für Klamotten. Sie haben keine Arbeitgeleitung. Sie behandeln wie eine Ware. Sie kommen nur arbeiten und fertig. Sie bekommen keine Weihnachten, keine Urlauben, keine Prämie. Obwohl, sie haben beteiligt für diese Umsatz. Uwe Hück, der Betriebsratschef, setzt sich für die Kollegen ganz unten ein. Auch für Beschäftigte von Fremdfirmen. Für sie hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht durchgesetzt. So musste Porsche den Vertrag mit dem Getränkeversorger kündigen, weil der Dumpinglöhne gezahlt hat. Die betroffenen Beschäftigten arbeiten jetzt für einen anderen Dienstleister. Und erhalten einen besseren Lohn. Menschen sind keine Kostenfaktoren, sondern Erfolgsfaktoren. Diese Einstellung brauchen wir wieder. Ohne die Menschen werden wir in der Wirtschaft nichts erreichen. Gehen wir mit den Menschen vernünftig um, dann geben sie auch alles. Und ich glaube, dieses brauchen wir wieder. Wie ich immer sage, das Trikot schwitzt nicht von allein. Wir müssen schon was tun. Aber menschenunwürdige Bedingungen herbeizuführen, muss die Gewerkschaft und der Betriebsrat stoppen. Das ist ihre Aufgabe. Und da werden wir alles tun, dass das aufhört. Wir wollen, dass ein Unternehmen reich wird. Aber wir wollen auch, dass die, die die reich machen, auch vernünftig mit den Menschen umgegangen wird. Doch seit Jahren werden immer mehr Menschen in Deutschland in unsichere Arbeit gedrängt. Heute gehört schon jeder Fünfte zum Niedriglohnsektor. Porsche zu von Hausen ist da die große Ausnahme. Ortswechsel. Stuttgart-Schleierhalle. Sechstausend Menschen kommen zur Betriebsversammlung von Daimler. Werkvertragsarbeiter sind nicht zugelassen. Markus Waldau ist zum ersten Mal dabei. Für den ehemaligen Werkvertragler, der inzwischen einen Daimler-Vertrag hat, ein großer Tag. Es ist ein fantastisches Gefühl, hier zu sein. Offiziell eingeladen worden zu sein hier. Und ja, also es ist toll. Und früher, wie haben Sie sich früher gefühlt? Früher war man halt immer irgendwie so der Außenseiter. Da hat es mir immer geheißen, okay, ihr dürft zwar fragen, aber ihr dürft da nicht teilnehmen. Es ist halt eine geschlossene Gesellschaft, in Anführungsstrichen. Und dann ist man sich schon immer ein bisschen vorgekommen wie so ein Mensch zweiter Klasse. Die Leiharbeitsbeschäftigten sind wirklich diejenigen, die ganz unten am Kettenglied sind. Immer mit der Ungewissheit, okay, werde ich jetzt nächsten Monat verlängert oder nicht. Und das sollte man wirklich auch politisch ändern. Das haben die Parteien vor der Bundestagswahl 2013 versprochen. Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen sollte unterbunden werden. Endlich hat der Bundestag dann ein neues Gesetz beschlossen, das seit 1. April 2017 in Kraft ist. Alles soll besser werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Leiharbeit wird eher erleichtert. Und gute Tariflöhne können weiter unterlaufen werden. Denn inzwischen darf ein Unternehmen jeden Dauerarbeitsplatz mit Leiharbeitern besetzen. Heute reicht es, wenn die Leute nach spätestens 18 Monaten ausgetauscht oder in einen anderen Betrieb versetzt werden. Schon nach drei Monaten kann die Firma ihre Leiharbeiter wieder zurückholen. Ganz legal. Einfach hin und her und hin und her. So bleiben Leiharbeiter ihr Leben lang billige Manövriermasse. Das Versprechen der Politik war ja, den sogenannten Missbrauch von Leiharbeit tatsächlich drastisch einzuschränken. Und Missbrauch bedeutet genau, dass Leiharbeit genutzt wird für Tätigkeiten, die eigentlich von Stammbeschäftigten dauerhaft ausgeübt werden. Ich kann nicht erkennen, dass das neue Gesetz daran etwas ändert, sondern ganz im Gegenteil, es scheint eher so zu sein, dass man jetzt für jede Art von Tätigkeit auch Leiharbeiter einsetzen kann. Und das würde heißen, man fördert die strategische Nutzung von Leiharbeit, statt die Möglichkeiten einzuschränken. Wir treffen noch einmal Bettina Kienzle. Sie hat immer noch keine Arbeit, überlegt, ob sie sich selbstständig machen soll. Und dann trifft sie einen Bekannten, der ihr zeigt, wie man sich über WhatsApp Jobs suchen kann. Ich mache gerade mal irgendwas raus. Hier steht dann dringend für morgen eine Person im Bereich Montage, Aufbau, Vergütung 10 Euro pro Stunde. Die müssen richtig kräftig sein, bei Interesse schnellstmöglich, bei Privat, das heißt, die wollen wirklich morgen schon. Also für mich ist das insofern ein Witz, ich meine, du hast einen gelernten Beruf, dann gehst du auf Zeitarbeit und zum Schluss landest du dann auf Tagelöhner. Das ist eine mega Sauerei. Also von oben nach ganz unten Kellerschiene. Nur wenn die Arbeitgeber das so brauchen, wie die Pizza, die du bestellst, ja, hab Hunger, bestell, essen, entsorgen. Und zum Schluss muss ich unter dem Stand noch Flaschen sammeln, dass sie das Mittagessen auf den Tisch kriegen. Leute, wo sind wir denn hingekommen? Also ich finde, die Arbeitgeber machen sich verdammt einfach echt. Bettina Kienzle beunruhigt noch etwas anderes. Da sie oft prekär beschäftigt war, kann sie nur eine geringe Rente erwarten. Diese Sorge haben inzwischen immer mehr Menschen. Wir haben jetzt schon große Gruppen von erwerbstätigen, soloselbstständigen, Leiharbeiter, Befristete, die über ganz lange Zeiträume in unsicheren, schlecht entlohnten Beschäftigungsverhältnissen bleiben. Was wartet auf die? Die Altersarmut. Mit anderen Worten, ein Problem, was jetzt im Erwerbssystem entsteht, verschiebt sich gewissermaßen dann später in das Rentensystem und wird künftige Generationen belasten, weil sie natürlich in irgendeiner Art und Weise dann doch dafür bezahlen müssen, dass so viele Menschen im Alter in prekäre Verhältnisse geraten. Auch Martin Mattheis sorgt sich. Denn sein Vertrag als Leiharbeiter läuft in wenigen Monaten aus. Aber was passiert dann? Klarissa Hasiri, die selbstständige Lehrerin, hat immerhin eine kleine Honorar-Erhöhung bekommen. Roland Kappes, bei Daimler entlassen, arbeitet jetzt als Leiharbeiter für die Hälfte seines früheren Lohns. Daimler hat erneut Leiharbeiter angeheuert, ihn nicht. Bettina Kienzle sucht immer noch einen Job. Sie schaut in eine ungewisse Zukunft. Abgehängt, wie Millionen Menschen in Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017